Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1.5 Rechains of Memories und ja wir machen jetzt bei nächster Stufe und ja I bet you want one actually too clever I'm Larxene so are you enjoying your stay at the castle I bet it's nice to peel away all the worthless memories and awaken the true memories that lie deep in your heart true memories although it seems that you're still forgetting the most important thing here when that poor girl hears that you forgotten her name why it'll just it'll break her heart poor girl do you know her is she here yes she is you see the bad guys are holding her captive somewhere deep inside the castle and you obviously are the hero so you have to go save her although I'm a bad guy so you have to go through me Sora what's that is that thing mine what a shame you've been wearing it all this time and forgot no that's not possible the memory has to be engraved somewhere deep inside your heart Sora you think carefully now what oh what could it be what oh what could it be and who gave it to you not not me Sora Sora you're getting it now release the memory from within your heart nomine nomine well it's about time that's right nomine yes she's the one that gave you that tacky little good luck charm not that you even bothered to remember no surprise seeing as you also couldn't remember her name talk about heartless I can't believe you it'd serve you right if I decided to smash this piece of junk let it go nomine gave me this it's very important to me oh it's important to you ten seconds ago you didn't even know what it was soo dann tun wir jetzt Lachs eine in den Arschstetten gehört sich eigentlich gar nicht bei Fürth Frauen wobei sie ist niemand ist sie dann noch eine Frau hm egal hm so dann komm her du blöde BITCH soo soo ah ok nicht grad so wie ich's geplant hab oah schlöde Coo guffi 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 Ja, Donut. Jetzt ruf ich dich aber nicht mehr. Aber Goofy ruf ich. Aua. Aua. Alter, die hört nicht mehr auf. Haha. Lightning. You're done. Aua. Ich muss mich mal gleich schnell heilen. Ja, das war nämlich ein bisschen knapp. Blöde Kuh Stopp doch einfach Oh nein Na das ist ja nur eine Attacke Nein Betreibung stark scheiße Das war dich ganz Boah Schwertfallsehre Du Bitch Oh tschüss Ah jetzt ist dieses letzte Haus gewissen Aber jetzt ist du weg Kommt level hoch Level up Level up Level up Yeah man geht doch Ach von der lernen wir blöd Blöd Ja Yep You're not as bad as I thought You really are a hero A heartless hero Who asked you Oh does it hurt Because it's the truth You are just a baby And if you're gonna be a baby Then here you go I created another card from your memories You know Be a good boy and say thanks Ta ta Wait Larkxene Where are you Don't you dare hide from me Show yourself Zora Calm down She's not coming back Zora I hate this Why do I need someone like that to bring back Nominee's memory Atlantica Nimmerland Halle Bastion 100 Morgenwald Yay Zwei scheiß Länder Und zwei sind richtig okay So Na Mini So heißt sie also Bist du nicht froh Dass es dir endlich wieder eingefallen ist Wen können wir das schon Was die Bösen sagen Was Ja Jetzt kommt ihr gleich noch mal eine Katze Ne Woh 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 Das ist wichtig. Du schämst die Organisation. Wie können wir dich helfen, Vexen? Es ist nicht sehr oft, dass wir dich aufzunehmen. Ich komme, um dir eine Hand zu geben. Du wirst, dass diese Sora sehr viel Potenzial hat. Aber ich bin nicht überzeugt, dass er wirklich so viel Caudeläne ist. Ich denke, ein Experiment würde sich zeigen, wenn er wirklich von uns ist. Hm. Well, hier we go again. Es ist nur eine Entschuldigung, damit du kannst deine kleine Experimente machen, das ist alles. Ich bin ein Wissenschaftler. Experimente sind was ich, ja. Whatever, du kannst, was du willst. Aber du wißt du, ich denke, dass die Sauron testen ist nur für deine Valle. Valle? Er ist der Produkt von purem Forschung. Was er eigentlich ist, ist ein Toi. Hm. Du musst einfach lernen, um zu sein zu sein. Anyway, seitdem du all diese Richtung gekommen bist, du brauchst das. Ein Hügel gift für mein Älder. Ich hoffe, dass du es benutzt, um ein sehr guter Show für uns zu machen. Sauron, das ist dein Wunsch. Wir haben keine Zeit. Sie haben einen Nominate. Wir haben einen Resküer. Sauron, das ist sicher, dass er so schrecklich ist. Du bist auch. Sie hat nur ein Freund geblüht, aber sie ist in Schwung. Sehr gut. Ich denke, wenn wir hörten, dass der König in Gefängnis war, wir würden sehr schrecklich schrecklich sein, auch. Lustig, dass Sauron so mega ausrastet. Nicht mal bei Kairi ist das so ausgerastet. Naja, egal. Deine Freunde sind auch unsere Freunde. Los, helfen wir, Nominate. Los, Sauron, wir müssen Nominate aus den Fängen des Bösens bewahren. Der Bösen retten meine Fresse. Oh, ich hab's halt gelesen. Okay, Leute, ich beende den Part schon. Ich hab's ja gesagt, ich werde nur das Stockwerk hier aufnehmen, weil ich immer ganze Parts für die Länder benutze. Und als nächstes machen wir... Ich glaube, wir machen Atlantica, dass ich dieses behinderte Land zuerst hinter mir habe. Aber am besten will ich als Schluss machen. Das Beste zum Schluss. Ich glaube, zuerst mache ich Atlantica, dann mache ich Nimmerland, dann mache ich 100 Morgen halt und dann mache ich halt nur Bestien. Ja, denke ich mal. Okay, Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.